Die Commandlines sind ja irgendwie wieder total modern. Jetzt 20 Jahre oder 30 Jahre verdreht worden von Oberflächen und jetzt kommen sie irgendwie immer, immer wieder. Das hat auch gute Gründe, aber heute wollen wir uns ein tolles Commandline-Tool ansehen, und zwar wie wir in .NET über Commandline mit HTTP-Raple unsere Web-APIs super testen können. Also, get und wir erhalten. Den ganzen HTTP-Response und den Daten, die uns die Web-API schickt, und wir können auch mit Postdaten senden, integrierten Visa-Studio-Code und so weiter und so weiter. Also dranbleiben, wer das wissen will, in diesem Video wird gezeigt, wie es geht. Wir machen eine neue ASP.NET Core Web-API und sehen uns mal an, was denn hier los ist. Und zwar, was wir wollen, ist eine .NET 5. Hier können wir es auch auswählen entsprechend. Und Authentication machen wir keine. HTTPS kann man machen. Alles okay. Ganz wichtig, was Neues. Enable Open API. Dadurch wird automatisch das Wager-Support hinzugefügt, den wir sonst immer manuell machen müssen. So, lassen wir Ihnen kurz das Projekt erstellen und sehen uns mal an, was wir hier alles so machen können. So, hier ist die neue Web-API und wir haben unseren klassischen Weather-Forecast-Controller da. So, Weather-Forecast-Controller. Ja, die simple Implementierung mit einem GET machen wir noch etwas zusätzliches dazu. Machen wir auch noch ein Public-Action-Result-Post, wo wir einen Weather-Forecast mitgeben. Weather-Forecast-Data. Also, das Ganze soll per HTTP-Post aufgerufen werden können und normale würden wir hier jetzt entsprechende Arbeit machen, also in die Datenbank speichern, irgendwas validieren, was weiß ich. Wir machen einfach Return JSON von Data. Nein, wir return, okay, und geben Data mit. So, so weit, so gut. Was hat sich jetzt hier entsprechend getan oder geändert? Hier wurde die Swagger-Doku automatisch hinzugefügt. Auch hier Use Swagger, Use Swagger UI. Das heißt, durch dieses Hackl mit der Open-API wurde diese Swagger-Konfiguration automatisch für uns gemacht. So, testen wir das ganze Thema mal kurz durch und wir bekommen hier die schöne API. So, hier kommt's. Ja, wir haben unseren Weather-Forecast mit Slash Swagger Slash Index kommen wir hier zu unserem Weather-Forecast. Wir sehen hier, wie die Daten, ja, kommen, sagen, Tryout, Execute und wir sehen hier die Responses, also das, was zurückgekommen ist. Code 200, also okay, das wird die Quell-Expression, falls das jemand hat, das wird die URL, die aufgerufen wurde. Das sind die Daten, die geliefert wurden. Das ist der Header, der vom Server geliefert wurde. Ja, und das war entsprechend ein Success. Wir können aber auch ein Post machen. Wir können sagen, das ist das Exempel, das sind die Daten, die wir schicken sollen. Ja, wir bekommen idealerweise einen Success zurück. Diese Informationen hat er alles aus unserem .NET-Code herausgelesen und automatisch generiert. Da hat er tolle Arbeit gemacht. Wir können hier entsprechend Werte haben, das ist eine Summinfo, was weiß ich, Temperatur haben wir 12, das ist unser Datum und wir sagen einfach Execute und wir sehen hier wieder, das ist der Response. Also das hätten wir geschickt mit Quell, das ist die URL, die wir abgeschickt haben, das ist unser Response-Body, also das, was der Server wieder geliefert hat. Wir liefern hier einfach den Weather-Forecast wieder zurück, den wir geschickt haben. So weit, so gut. Also, durch dieses OpenAPI-Support wird uns Swagger automatisch hinzugefügt, das hatten wir vorher auch, hatten wir manuell gemacht oder hätten wir manuell gemacht, über ein NuGet-Package und über die Doku, die paar Zeilen einfach dazugefügt. Ja, das wäre nochmal kurz gezeigt hier, Configure-Services, AddsWagger, hier kann man auch schön die Version angeben, einen Titel angeben und dann UseWagger bzw. UseWagger UI, was wir hier gesehen haben, war die Swagger UI. So, ansonsten erlaubt uns Swagger eben eine schöne automatische Dokumentation zu generieren, ohne dass wir es selbst machen müssen, indem er über diese Informationen, über Reflection sozusagen drüber arbeitet und uns diese UI generiert. So, jetzt kommt ein neues Tool, jetzt kommt neu, HTTP-Wrapple. Was ist jetzt mit HTTP-Wrapple? Ein neues Tool, das unten so etwas auf GitHub ist, direkt von Microsoft entwickelt wurde und von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Es ist ein Tool auf Basis von .NET für .NET. Und zwar wird es wie folgt installiert. Mal schauen, was ist auf diesem Rechner für .NET Tools in Globalscope, also .NET Tool ist minus G für Globalscope. Sehen wir mal, was hier alles da ist, .NET F in der Version 3, die Tools Microsoft.NET, HTTP-Wrapple mit 5 und hier noch ein Web-Tool. Also .NET Tool, da können wir auch updaten, etc. Also .NET Tool Update und zwar hätten wir gerne abgedatet .NET EF im Globalscope. Mal schauen, was jetzt passiert, ob ich die Parametereinfolge richtig habe. So wurde aktualisiert auf .NET 5. Also hier kann man auch mit den .NET Tools entsprechend arbeiten. Gut, also so würden wir es installieren, über die Command Line, einfach .NET Tool, ich habe es schon installiert, also sonst einfach .NET Tool, install, minus G, Microsoft, .NET, HTTP-Wrapple. So, wie arbeiten wir jetzt damit? Das ist natürlich noch spannender. Also, wenn wir HTTP-Wrapple jetzt benutzen wollen, dann gehen wir als erstes zu unserer Webseite und kopieren uns die URL, und zwar ohne dem Slash Swagger Slash Index, also die URL zur API. Und wenn wir die URL zur API haben, dann öffnen wir die Command Line und sagen eben HTTP-Wrapple. Ja, wir haben den Befehl jetzt verfügbar, weil wir dieses Tool in Globalscope entsprechend installiert haben, ansonsten .NET HTTP-Wrapple würde auf jeden Fall funktionieren. So, HTTP-Wrapple, disconnected. Gut, also Command geht mal, und jetzt mache ich hier ein Copy & Paste dieser URL unserer API und sage Enter. So, und jetzt sehen wir hier, dass wir mit dieser URL verbunden sind. Wir sehen auch Using Open API Description, ja, von hier holt er sich mit Swagger, V1, etc. holt er sich die entsprechenden Infos oder die API-Infos. Und jetzt können wir machen Tier, jetzt können wir sozusagen über die Command Line auf diese Web API zugreifen und können hier Sachen machen. Wir können zum Beispiel machen, aha, Tier, und wir sehen hier, hier gibt es einen Weather Forecast, CD, Weather Forecast. Ja, und jetzt bin ich in dem Verzeichnis, unter Anführungszeichen, Weather Forecast drin, und ich sehe, hier gibt es eine Get- und eine Post-Methode. Ich mache Get- und was ich hier bekomme, ist den HTTP-Header, also den Header und den Body. HTTP 1.1, okay, also hier die Header-Informationen, und dann entsprechend der Inhalt, der ausgegeben wird, oder der zurückgeliefert wird, von dieser API. Ja, so kann man auch schnell Sachen testen, über die Command Line, also nicht mit diesem, mit dieses Vega-UI, sondern eben über die Command Line lässt sich hier auch entsprechend diese API durchtesten. So, wenn ich Post testen will, dann brauche ich einen Editor, einen Default-Editor, diesen muss ich setzen. Ja, wenn ich einfach nur Post reinschreibe, dann sagt mir, ja, sagt ihr mir schon, ich habe hier etwas, das ich setzen muss, nenne ich prep-set-editor.command.default, und jetzt entsprechend den, ähm, den entsprechenden Wert, und der Wert ist jetzt sozusagen, wo ist zum Beispiel mein Visual Studio Code, oder mein Notepad installiert, oder mein Notepad installiert. Diesen Pfad hole ich mir, so, Start-V, so, ich bin jetzt wieder mal da, sagt, zähle Weather Forecast, kann ich übrigens auch Autocomplete verwenden, sagt noch mal Post, jetzt habe ich, nenne ich, mein Mindest-Terminal als Admin gestartet. Mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und zwar, fahrt dorthin, so, das ist jetzt mal erledigt, und jetzt brauchen wir noch Way für Wait, und also die Argumente sollten wir auch noch setzen. Wichtig, wenn wir das setzen, diese Konfiguration setzen, in den Global Scope, in den Global Tools, dann ist es wichtig, dass wir auch noch, ähm, sozusagen, die Konsole als Admin starten, damit das auch wirklich macht, und wirklich funktioniert. So, das haben wir jetzt soweit gemacht, wir haben gesagt, Visual Studio Code wollen wir als Editor verwenden, mit den Argumenten Wait, etc., und jetzt mache ich mal Post, und das, was jetzt passiert, er macht mir hier was auf, und zwar das, was er mir hier aufmacht, ist, ähm, sozusagen, die Daten, die wir schicken, oder schicken wollen, oder schicken sollen, oder schicken können. Das ist prima, die kann ich jetzt entsprechend beendern, 120 Grad, meine Summary, Okay, so, abgespeichert, zugemacht, und was jetzt passiert ist, dass er hier Werte geschickt hat. So, ich habe es jetzt nochmal probiert, denn hier oben hat mir interessanterweise 0, obwohl ich hier 120 oder so reingeschrieben habe. So, ich sage nochmal Post, ich habe jetzt den Wert 20 reingeschrieben, und es hat funktioniert. Komisch, ist aber so, so, probieren wir es nochmal, Post eröffnet uns Visual Studio Code, hier ist die Objektstruktur, die wir eigentlich schicken im Weather Forecast, und ich sage hier nochmal 10 und High, speichere es ab und schließe das Fenster. Jetzt steht auch da 10 und High, und wir kommen, wir bekommen hier sozusagen das Ergebnis zurück. Ja, hier haben wir Temperature F, das hatten wir vorher nicht, warum, also nicht im Visual Studio Code, sehen wir uns mal die Weather Forecast an, nun gut, Temperature F ist nur ein Getter, also Read Only, demnach nicht zum Schicken im Post, sondern im Post sind nur diese Werte zu schicken, im Get wird es aber natürlich zurückgeliefert. So, das heißt, nochmal, Get, wir bekommen hier die JSON-Daten, die unser Controller sozusagen hier liefert. Also, HTTP-Raple eine gute Variante, um Web-APIs entsprechend zu testen, über ein Command-Line-Tool. Noch eine feine Sache, und zwar, wenn wir HTTP-Raple verwenden, brauchen wir immer die Command-Line, und wir müssen das immer starten, dann müssen wir hin navigieren, etc., etc. Einen Tipp noch, man kann sich HTTP-Raple auch als Browser konfigurieren, und das machen wir jetzt, und zwar, wenn wir hier beim Debake in der Applikation in Visual Studio gehen, können wir einen Browser hier auswählen, von dem wir installiert sind, oder wir sagen Browse With, und können hier einen neuen Browser konfigurieren, und demnach HTTP-Raple als Browser konfigurieren. Also machen wir HTTP-Raple, HTTP-Raple, und jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt das Ding? Und zwar liegt es im User-Verzeichnis unter .NET-Tools-HTTP-Raple.exe. Und wenn wir den hinzugefügt haben, und sagen Browse, dann wird sozusagen unsere Web-API direkt mit HTTP-Raple gestartet, und nicht der Browser gestartet, und wir können hier sofort in der Command-Line entsprechend loslegen. Dann sparen wir uns doch immer wieder einiges an Klickarbeit etc. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.